Ja! Ha! Ja! Gleich wird's wehtun. Fertig? Haha, ist ja ein Klacks. Ist leichter, wenn du aufgibst. Hey, mach mal halblang. Äh, lass uns drüber reden. Na, trau dich doch. Sollte das etwa wehtun? Wow, das ist toll! Tchuh, 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 tchuh. Ah! Au! Nein! Ah! Ja! Okay, warte mal kurz, ja? Äh! Oh, du lässt nach, Leon. Hey, du hast es gefunden. Sehr gut, Leon. Ich bin die süße kleine Juffi. Hast es wohl ein bisschen übertrieben, Squall. Ja, wir mussten es dir wegnehmen, um diese Typen loszuwerden. So haben sie dich übrigens auch aufgespürt. Die dich angegriffen haben, weißt du noch? Die Dunkelheit im Herzen der Menschen, das zieht sie an. Hey, hast du mal von einem Typ namens Ansem gehört? Ganz genau. Das Schlüsselschwert erwählt seinen Meister. Pech für dich. Weißt du was? Ich könnte dich nie vergessen, selbst wenn ich wollte. Wir wissen nicht. Wir müssen das jetzt. Hurray. Aber so geht nur. Vielen Dank.